Hallo meine Lieben, es ist Karneval in Köln. Wir sind unterwegs mit Marc, Papa-Platte, Lisa, Softdorf und es geht direkt rein. Kevin, was würdest du als erstes tun, wenn du einen Tag eine Frau wärst? Boah, das ist schwierig. Sei ehrlich. Naja, ich will halt wissen, wie das ist, wenn man so an sich selber rumspielt, der Klassiker halt. Aber puh. Was würdest du machen? Ich glaube, ich würde so sämtliche Sex-Toys von Eis.de austesten. Von Eis.de? Ja, oder so Amorelie oder so. Was können Frauen besser als Männer? Koch. Blasen. Das ist schon mal ein guter Ansatz auf jeden Fall. Und was können Männer besser als Frauen? Nix. Bitte lass mich dir helfen. Mein Lieber. Hallo. Was fragst du? Ich frage, was Männer besser können als Frauen? Ich glaube, dass wir oft körperlich überlegen sind, weil wir einfach schwer sind. Das stimmt. Aber was können Männer besser als Frauen? Ich habe immer das Gefühl, ist es nicht oft aus... Im Bett. Ach, was Männer im... Das ist jetzt auch so ein Zusatz, weil du es bist. Ach so, warte mal. Ich glaube, dass die Männer die Frauen besser Doggy verwöhnen können, als die Frauen die Männer. Verstehst? Ja. Wait a minute. Was können Frauen besser als Männer? Ich glaube, Frauen sind einfühlsamer. Und was können die besser im Bett? Ähm, Blasch. Ich habe das vergessen. Sascha, du bist doch der Bruder von Dima. Da. Ihr seid doch die Außenseiter. Yes. Was können Männer besser als Frauen? Im Sitzen pinkeln. Klar. Hast du schon mal im Stehen gekackt? Ja. Um die war's? Standhaft. Oh mein Gott, der war gut. Der war strong, der war strong. Wie machst du deine Arschhaare weg? Ich lass sie gedeihen. Und wie ist das so für die Frauen? Die mögen das, ja. Ja? Chillig. Dann hast du mal Glück gehabt bei der Frauenauswahl. Yes. Hi, Männer, was kann man hier? Und was können Männer besser als Frauen? Ohohoho. Sorry. Sorry. Ähm, im Stehen pissen. Im Stehen pissen? Im Stehen pissen. Kann ich auch mal besser. Ja. Okay. Was können Männer besser als Frauen? Fußball spielen. Und was können Frauen besser als Männer? Ich glaube, Frauen können besser auf Volleyball spielen. Yes, of course. Wann hast du dich das letzte Mal eingepisst? Ich glaube, vorgestern. Und wie kommt? Ja, ich hab vorgestern Abend zu viel getrunken, ja. Und dann hab ich mich einfach eingepisst, leider. Und hast du was raus gelernt? Ja, nicht mehr so viel trinken. Und was ist das in der Hand? Alkohol. Kann dir helfen? Bitte lass mich dir helfen. Der liebe Mönch, ja. Pfarrer, du magst Kinder sehr doll, oder? Na, auf jeden Fall. Wait a minute. Wann hast du dich das letzte Mal eingekackt? Ähm, vor vier Jahren. Erzähl die Geschichte. Ja, ja klar, gerne. Da war ich in Beelitz-Heilständen, das ist so ein altes Krankenhausgelände. Mega geil. Kann ich nur jedem empfehlen. Und du gehst da halt so rum, es ist halt dunkel, komplett dunkel. Und da siehst du halt so alte, verlasse OP-Räume. Das ist schon sehr heftig, also ohne Scheiß. Ich dachte auch vorher, ich bin so entspannter Typ und ja, juckt mich nicht, aber... Also hast du dich vor Angst eingeschissen? Na, auf jeden Fall. Was können Frauen besser als Männer? Alles. 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 Was mit Autofahren? Auch. Echt? Kannst du besser Autofahren? Ich kann auch gar kein Autofahren. Alles. Was können Männer besser als Frauen? Masturbieren. Ich würde gerne was in die Hand nehmen, einfach zum Runterholen. Weißt du, wie ich meine? Ich finde es schon ein bisschen schwerer, wenn du was auflegen musst, dich erstmal in den Mut bringen musst. Als Typ musst du einfach nur runterziehen. Stimmt. Weißt du, wie ich meine? Oh, darüber habe ich noch nie eine Art wieder. Was können Frauen besser als Männer? Ähm, alles. Nein. Safe nicht Blowjobs. Safe nicht Blowjobs. Safe nicht Blowjobs. Schwule Männer. Schwule Männer können vielleicht einen besseren Blowjob geben. Straight Boys? Ja. Du sagst, Männer können besser blasen? Ja. Schwule Männer können besser blasen. Straight Boys? Schwierig. Ganz schwierig. Ganz schwierig. Ja, wie sollen die nur Muschilecken, Alter? Mal ganz ehrlich. Was ist das denn jetzt? Ja, okay. Schwule Männer können eines bis jetzt. Wo ist das denn? Straight Boys? Ja. Straight Boys, da hast du noch Verhandlungsbedarf. Also hetere Boys können gar nichts? Ja. Du bist ja schwul. Hattest du schon mal was mit jemandem, der hetero ist? Das heißt, du sprichst aus Erfahrung. Und du sagst also, dass hetere Boys nicht so gut im Bett sind? Sind deutlich schlechter im Bett, ja. Also ich finde, es kommt drauf an. Manche Boys sind schon gut, manche nicht. Ich glaube, der Unterschied ist einfach so, ob du halt einfach weißt, okay, du wertschätzt einfach, ob der andere zuerst kommt oder nicht. Und das ist der Punkt. Wenn der andere weiß, okay, du kommst zuerst, dann ist der Sex besser, als wenn du einfach nur auf dein eigenes Gefühl achtest. Okay, do you know what an Arschbohrer is? Arschbohrer. Arschbohrer. I can kind of translate it to Dutch. Yeah. What it is? It's an anal penetrator. Yes! Arschbohrer kriegt jeder! Arschlöcher lecken. Echt? Männer können besser Arschlöcher lecken? Ja! Hundertprozentig. Was sagt ihr dazu, dass Männer besser Arschlöcher lecken können? Auf gar keinen Fall. Kannst du besser, sagst du? Kann ich besser! Ah, 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 ah. Okay, wer widerspricht dem? Welche Frau sagt, nein, Frauen können... Okay, dann Herr da. Vanessa! Vanessa, du sagst also, dass du als Frau besser Arschlöcher lecken kannst, als ein Mann. So, dann bettel euch mal jetzt. Wie machst du das denn? Wie müssen denn die Männer liegen? Rücken. Wie so Windelwechselposition. Wie kommt man denn dann ans Popoloch? Beine hoch. Beine hoch? Ja, safe. Also es ist ja wirklich so wie bei einem Baby, wenn man die Windel wechselt und Popo sauer macht. Ja, ja. Nur, dass jeder in die Zunge reinsteckt. Ja. Ja, ne, chillig, ne? Was können Männer besser als Frauen? Nichts! Zocken und gar nicht! Was ist mit Autofahren? Ne. Zocken? Ne. Gar nicht. Was können Frauen besser als Männer? Alles. Ja, rückwärts einpacken. Hallo! Ach, wann hast du dich das letzte Mal eingekackt? Heute Morgen, als ich aufgewacht bin. So richtig die Hose rein? Also so richtig kennst du, wenn du Bierschiss hast. Ja. Und wenn so einfach nur Flüssigkeit rauskommt. Das war heute alles in meinem Bett. Okay, mein Lieber, wann hast du dich das letzte Mal eingepisst? Naja, bei uns bei der Deutschen Post ist es halt so, wir haben halt so viel zu tun, dass wir keine Zeit haben. Aufs Klo zu gehen. Ja, wir müssen uns einschiffen. Also ganz ehrlich, ihr da draußen müsst halt mal lernen, dass wir eure Pakete deswegen nur so schnell zustellen können, weil wir uns sinnvoll die ganze Zeit anpissen müssen. Weil ihr alle wollt. Johannes kommt, 20 Uhr. Ja, kommt aber nicht. Ja, weil ich natürlich mich unterwegs einschiffen muss, wenn ich 20 Uhr komme. Na ja, einfach mal ein bisschen mehr Respekt der Boss-King. Put some respect on his name. Danke dir, du bist ein Macher. Bist du mal im Büro? Ja. Was ist dein Ziel heute? Viel rauchen. Und viel trinken. Das ist doch voll ungesund, oder? Und? Scheiß drauf. Jetzt lebt man nur einmal. Lassen Sie malen, wenn man wieder hält, wenn die Kinder nie mehr kriegen. Alle Kinder sind gut. Wo hast du dich das letzte Mal eingepisst? Letzte Woche. Ich war beim Pol die Feier und der hat mich auf einen Mangal-Döner eingeladen, aber es hat nicht geschmeckt, war zu scharf. Dann hast du dich eingepisst? Ja. War unangenehm. Jungen Löw hat mir immer beigebracht. Einmal schön in die Hose, einen kleinen Schnuffer und ab geht das. Was Frauen besser können als Männer? Ja alles. Multitasking, ne? Und was können Männer besser als Frauen? Sich die Eier schaukeln! Das können die besser auf jeden Fall. Okay, und was können Männer besser als Frauen? Äh, Männer können besser als Frauen zocken. Hey, cool. Ja, Mensch, du bist aber bereit zu reden. Okay, wann hast du dich das letzte Mal eingepisst, na ehrlich? Im Schwimmbad, oder? Im Schwimmbad? Ich hätte jetzt auch gesagt, vier Jahre her, oder so. Lass dir laufen dann einfach im Schwimmbad? Ja. Aber ist es nicht voll eklig, im Schwimmbad trinkt ihr quasi die Pisse von anderen? Ja, egal. Wann habt ihr euch das letzte Mal eingepisst? Angepisst? Ich würde die Jungs niemals, niemals jodgen. Wenn die mich einpissen, ist egal. Ja, das ist wahr, das ist wahr. Ich habe übrigens einen Kackerschlitz, falls es dringend sein muss. Kann ich einfach... Ich muss dann halt die Leggings einscheißen. Manchmal muss man auch verbringen. Was können Männer besser als Frauen? Auf Köpfe schießen. Boah, wie meinst du das jetzt? Wurdest du schon mal angeschossen von der Frau? Nein, noch nie. Von dem Mann? Auch noch nie. Okay, und was können Frauen besser als Männer? Frauen können definitiv besser auf den Mann zugehen, glaube ich. Ja, Frauen sind einfach besser, oder? Ja, total. Hast du Haare am Arsch? Ja. Machst du die weg? Sing, sing, sing. Wie? Enttachungskreme. Brettest du dich ein bisschen? Nö. Doch, das wäre schon ein bisschen, aber du liebst den Scheiß, oder? Ja. Dein Bester. Was können Frauen besser als Männer? Frauen haben auf jeden Fall ein besseres Gemeinschaftsgefühl als Männer. Männer sind einfach so richtige Idioten manchmal, richtig selbstsüchtig. Ja, und was, das hast du schön gesagt, und was können Männer besser als Frauen? Ich glaube, Männer trauen sich manchmal ein bisschen mehr, aber das ist, glaube ich, an der Gesellschaft gelegen, dass Frauen sich manchmal nicht trauen, Dinge zu sagen, was sie wirklich wollen. Frauen haben eigentlich viel, viel mehr drauf als Männer. Ist einfach so. Meinst du? Ist einfach so. Mensch, aber... Ihr habt das Sagen. Ihr habt das Sagen eigentlich. Das ist einfach so. Aber ich finde, wir ergänzen uns ganz gut. Männer und Frauen ergänzen uns ganz gut. Wir kriegen es ganz gut hin. Ja, wir sind alle gleich toll. Was ist dein Ziel heute in meinem Besten? So 10 Mal rummachen mit irgendwelchen Typen, das ist super. Was können Frauen besser als Männer? Alles. Und Männer, was können Männer besser als Frauen? Wir kennen. Wir kennen. Wir müssen. Bumsen. Können Männer besser? Ja. Und was können Frauen besser als Männer? In die Zukunft planen. Frauen können besser planen, Männer können besser bumsen. Das ist es. Was können Frauen besser als Männer? Brüste. Brüste können sie besser, alles klar. Sind die echt? Die sind echt. Du hast sehr schöne, natürliche Brüste. Dankeschön. Das lieben wir. Sau mal. Bist du Single? Sau mal, ja. Sau mal. Aber wie machst du denn die Männer? So? Die müssen ja auch so. Einfach Jacke auf. Genau. Deswegen. Einfach so. Einfach so. Zack. Und dann ist da. Ja, wäre ich auch. Aber bei deinen schönen Augen. Was ist dein Ziel heute? Bumsen. Ganz genau. Was können Männer besser als Frauen? Keine Ahnung. Was können Frauen besser als Männer? Keine Ahnung. Alles klar. So, meine Lieben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe die Ammoderation vergessen. Deswegen hier ein Bild von mir auf einer Fliege drauf. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like und Kommentar da. Ich antworte wie immer auf alle eure Kommentare. Ja, Mann. Mir war das gerade ein Furz. Halt mal ne Flamme hinten dran. Für den Gestank. Aber Emily. Warte kurz. Hast du schon ne Bremsspur drin? Oder sind das nur Bläh? Oder ist das nur Bläh? Oder kannst du schon nachvollziehen? itters medio.